Mein Name ist Florian Thierry und ich freue mich sehr, dass ich euch allen hier heute, ich sage jetzt mal hier einfach das kollektive NFDI-DU, das finde ich so in der Zusammenarbeit immer ganz gut, ich freue mich sehr, euch ein bisschen einen Einblick zu geben aus NFDI for Objects, hier insbesondere aus Task Area 2, bei uns ist das ein bisschen anders aufgebaut als in manchen anderen Konsortien, deswegen, das erkläre ich euch aber noch ein bisschen später, Task Area 2 hat sich für den Collecting, also den Sammlungen verschrieben und ich werde hier ein paar Beispiele bringen, insbesondere auch, ich bin zurzeit eben Research Software Engineer am Leibniz Zentrum für Archäologie in Mainz, früher war das das römisch-germannische Zentralmuseum, das RGZM und ich bringe hier auch ein paar Beispiele aus den letzten zehn Jahren von ein paar Forschungsprojekten, die wir so gemacht haben, als gerade schon angekündigt wurde, ich habe eine Vorbildung im Studium als Geodät, als Vermessungsingenieur, daher bin ich ein bisschen vorbelastet, was so 3D-Digitalisierung und alles, was mit räumlichen Koordinaten angeht und kann, glaube ich, dazu ein bisschen was sagen und bin dann Richtung Masterarbeit in die semantische Modellierung gestolpert und das lässt sich natürlich wunderbar miteinander verbinden, sodass ich so ein bisschen kleinen Einblick geben kann, was man denn so tun kann, wenn es sich um geistes- und kulturwissenschaftliche Objekte handelt und wir als NF-DVO-Object sind doch sehr archäologienah, sodass wir ein bisschen in der Archäologie weiterleben werden hier. Ich freue mich auch, dass ein paar von meinen Kolleginnen und Kollegen aus NF-DVO-Objects da sind, die vielleicht später auch zur Fragen zur Verfügung stehen könnten, durchaus auch aus allen Bandbreiten, aus IT und aus Archäologie. Ich muss euch nicht sagen, dass die Digitalisierung von 3D-Objekten auch für die Biodiversitätsforschung von sehr großem Interesse ist und dass zum Beispiel in naturkundlichen Museen, wie zum Beispiel im Naturkundemuseum in Berlin, Sammlungsstücke in 3D digitalisiert werden, wie Käfer oder andere Dinge, das ist, glaube ich, allen hier Anwesenden bekannt, so dass man diese schönen 3D-Modelle dann auch publizieren kann, um das, was es ja an NF-DVO vor allem geht, faire Forschung zu ermöglichen, um faire Daten zu haben. Und dazu gehören eben dann auch digitale 3D-Modelle, um mit denen dann bestimmte Dinge zu machen. Eine Plattform, und ich habe jetzt ein paar Bildchen auch mal gesammelt von 3D-Modellen, ist zum Beispiel Sketchfab, ist ein bisschen proprietär, aber man kann davon halten, was man möchte. Es wird aber durchaus auch, ja, von naturhistorischen Museen genutzt, einfach um die Daten frei zur Verfügung zu stellen, auch unter offenen Lizenzen, auch von archäologischen Sammlungen, insbesondere auch in England und auf den britischen Inselnnetzen. Was man dort auch schön machen kann, ist, dass man zum Beispiel Annotationen an einzelne Hotspots in 3D-Modellen angeben kann, dann quasi, ja, Metadaten bereitstellen kann über diverse Datenpunkte. Das ist eben auch eine ganz schöne Sache. Und so werden zum Beispiel in Sketchfab auch geologische, mineralogische und zoologische 3D-Modelle geteilt und alles Mögliche, was man da so findet. Ich habe einfach nur mal hier eine Suche gemacht die letzten Tage und habe dann besonders beim Naturhistorischen Museum in Wien sehr viel dort gefunden. Gibt es sicherlich auch noch andere Museen, die habe ich auch gefunden. Aber das nur als kleines Beispiel dafür. Und so dienen zum Beispiel auch 3D-Modelle von Käfern und so weiter als Referenzen in der Biodiversitätsforschung. Ich habe da mal auf eurer Webseite geguckt von NFDI for Biodiversity. Da gibt es so ein Atlas der Libellen zum Beispiel. Auch in Sketchfab und Co. gibt es sehr viele Modelle von Modellen von Libellen, die entweder die Spezies an sich zeigen oder Fossilien oder andere Dinge, hier eine Larve zum Beispiel auch. Dann habt ihr ja auch einen Schwerpunkt quasi, was Meeresbiota-Daten angeht. Auch da gibt es sehr viele Sachen wie Seesterne, Muscheln, Korallen, Seepferdchen und so weiter, die alle schon als 3D-Modelle vorliegen, die man sich wunderbar angucken kann, die man digitalisiert wurden. Dann gibt es auch ein Atlas der Fische. Auch da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die man wunderbar, wo man solche Daten letzten Endes verbinden kann mit den 3D-Modellen, die schon im Netz existieren. Um dann wirklich zu fairen Daten zu kommen, gibt es natürlich ein Wort, was wir in NFDI immer brauchen. Das sind Taxonomien oder Thesauri oder kontrollierte Vokabulare oder wie man sowas auch immer nennt. Und auch hier ist es natürlich hilfreich vielleicht, wenn man zu solchen einzelnen Begriffen, würde ich es jetzt mal allgemein nennen, vielleicht ein 3D-Modell verlinken könnte, um sich besser was darunter vorzustellen. Oder auch ein normales Foto reicht manchmal auch schon. Aber wenn man noch ein 3D-Modell davon hat, ist das vielleicht nochmal ein bisschen plastischer, um wissenschaftlich tatsächlich weiterarbeiten zu können, sich noch mehr Details angucken zu können. Eine wichtige Sache, auch wenn wir Richtung Archäologie uns gucken, ist natürlich die Archäozoologie und die Archäobotanik, die eben auch Teil der Forschung ist und wo natürlich auch organische Reste zu finden sind, ob das jetzt irgendwelche Samen sind oder eben Knochen von Menschen oder Tieren oder allen möglichen, die sowohl in den klassischen Life Sciences irgendwie eine Rolle spielen, als auch in den Geistes- und Kulturwissenschaften und insbesondere in der Archäologie. Aber ganz wichtig ist hier, dass natürlich der interdisziplinäre Austausch zwischen diesen einzelnen Begrifflichkeiten nur mit semantisch aufeinander bezogenen Taxonomien und Thessaurier folgen kann. Ich nenne das immer irgendwie, sie sind halt semantisch aligned. Letzten Endes wie hier sowas, wir haben das einfache Beispiel des Radiusknochen. Auch den gibt es in sehr vielen Thessaurier, wie man hier sehen kann, in sehr vielen unterschiedlichen Hierarchie-Ebenen. Und nicht immer ist der eigene Begriff, den man nennt, auch den, der in einem Referenztesaurus irgendwie gemeint ist. Auch hier müssen wir gemeinsam gucken, wenn wir interdisziplinär arbeiten, dass wir vom Gleichen reden, wenn es den gleichen Zeichenstring letzten Endes beinhaltet. Gleiches gilt auch für Zeiten. Beispielsweise, wenn wir uns archäologische und geowissenschaftliche Zeitkonzepte angucken, gibt es hier auch durchaus Überlappungen. Die heißen alle nicht gleich. Letzten Endes, wenn man so sieht, die Steinzeit in der Archäologie beginnt da, wo das Pleistocen in der Geologie ist. So ungefähr 2,6 Millionen Jahre ist das Ganze her. Warum diese Zahl so wichtig ist, kommt in den nächsten Folien. Aber auch hier müssen wir uns auf eine gemeinsame Sprachregelung quasi einigen oder zumindest wissen, von was der andere spricht, wenn wir irgendwie mit anderen Menschen aus anderen Disziplinen irgendwie reden und insbesondere Daten austauschen wollen, was ja quasi im Gedanken der Open Science und Open Data und auch von fairen Daten das Ziel sein muss. Auch hier gibt es schon Möglichkeiten, wie man das irgendwie machen kann. Es gab da mal so ein Projekt, das hieß Chronontology, womit man Zeitkonzepte quasi veröffentlicht kann, diese miteinander aufeinander beziehen kann. Läuft zurzeit am Deutschen Archäologischen Institut und war vor etlichen Jahren, ungefähr vor zehn Jahren, ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Deutschen Archäologischen Institut und der Hochschule Mainz, insbesondere dem Institut für raumbezogene Informations- und Messtechnik, wo ich vorher, bevor ich am Leitsaar, früher RGZM gearbeitet habe quasi, gewirkt habe und dort der, ich sage immer, der räumliche Teil war des Ganzen. Und wie man hier sieht, ist der räumliche Teil im Pleistocin oder in der Steinzeit jetzt nicht so groß ausgeprägt, was natürlich klar der Fall ist. Man kann auch sich hier auch fragen, ob die Steinzeit sich schon über die ganze Welt ausgeprägt hat und die Menschen die ganze Welt damals schon bevölkert haben, höchstwahrscheinlich nicht. Aber auch hier gibt es wieder leichte Unsicherheiten, die man irgendwie bekämpfen muss und wo man wissen muss, wie man über die gleichen Sachen redet. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze wieder zusammenbringen kann. Insbesondere in der Archäologie ist das so, dass es einzelne, für vieles einzelne Möglichkeiten gibt, dass einzelne Forschende letzten Endes ihre eigene Welt erschaffen haben und die man aufeinander beziehen muss, um wirklich zu wissen, wenn man hier interdisziplinär quasi innerhalb von der verschiedenen Archäologien, wie es so schön heißt, arbeiten möchte. So, als summa summarum kann man sagen, dass eben die Dreidigitalisierung in vielen Disziplinen von großer Bedeutung ist, beispielsweise auch in der Archäologie, wo wir eben tausende oder Millionen alte Gegenstände wie Münzen, das sieht man hier oben links, oder Werkzeuge scannen sollte und digital aufbereitet werden sollten. Hier nur ein kleines Beispiel aus steinalter Fakten, zum Beispiel aus der Steinzeit, also quasi geologisch gesehen, wäre das im Gleisdorzehn, wo man solche Sachen sieht und hier kommt wieder diese Zahl ins Spiel, das sind Dinge von 2,6 Millionen Jahren oder von vor 2,6 Millionen Jahren, obwohl das Ganze irgendwie schon anfängt und wo wir irgendwie so leichte Gemeinsamkeiten irgendwie haben. Das Gleiche gilt natürlich nicht nur für die Archäologie, sondern wie anfangs erwähnt eben auch für die Geo- und Life Sciences, natürlich, ob das jetzt ein Käfer ist, in Anführungszeichen Pilze oder andere Dinge, die Idee hintendran für den Austausch ist immer die gleiche und darum muss es uns ja quasi im NFDI insgesamt hier gehen, dass wir unsere Daten allgemein vernetzen und austauschen können. Hier nur ein paar Beispiele, was ist das denn so sein könnte, also es gibt so ein paar schöne Ammoniten, die man überall sieht, viele Fossilien, die man irgendwo sehen könnte, die einem Hinweise geben könnten, ja, Trilobiten sind immer ganz schöne Sachen, Fahrene sieht man immer sehr viel, wenn man auch wie ich manchmal in naturkundlichen Museen unterwegs ist, das sind alles wunderbare Dinge, die man so sehen kann, Fossilien von primitiven Vögeln, Rotalken mit Muscheln und so weiter oder eben ganze Tiere letzten Endes, hier zum Beispiel ein irischer Riesenhirsch oder ein Stegosaurus, den man teilweise sogar noch im Museen besuchen kann, letzten Endes der Riesenhirsch oben, das ist nicht exakt der, der auf dem 3D-Modell abgebildet ist, aber die Bilder sind aus dem Geologischen Institut, der UCC in Cork, das ich mal besucht habe und unten sieht man, das ist tatsächlich das 3D-Modell von dem Stegosaurus, den man hier sieht, aus dem Naturvistorischen Museum in Brüssel, also letzten Endes gibt es auch viele Museen, die genau diese Objekte, die sie auch ausstellen, direkt schon im Netz bereitstellen und eben für andere zur Verfügung stellen. Jetzt die Frage, was macht NFT for Objects in dem Ganzen? Naja, wir befassen uns mit dem materiellen Erbe aus ca. 2,6 Millionen Jahren Menschheits- und Umweltgeschichte. Hier kommen wieder die 2,6 Millionen Jahre ins Spiel, weil da, wie wir vorhin gesehen haben, beginnt so ein bisschen die Steinzeit und deswegen ab dem Moment sind wir quasi im Spiel und versuchen alles Mögliche zu erforschen, letzten Endes. Und sobald man eben anfängt zu graben, findet man eben nicht nur schöne archäologische Fundstücke, sondern eben auch viele organische Materialien und so weiter und so fort. Und spätestens ab diesem Moment wird das Ganze sehr interdisziplinär und wir sind dann, was die Dokumentation angeht, alle in einem Boot und müssen irgendwie gucken, wie die Life Sciences, die Geosciences und eben die Humanities letzten Endes eine gemeinsame Sprache finden, um die ganzen Sachen miteinander dann auch austauschen zu können, wenn wir sie in Datenbanken verorten und am Ende publizieren wollen. Wir kümmern uns in NFT for Objects ja um Objekte, wie der Name so schön heißt. Das können Informationen auf Objekten sein, wie z.B. Inschriften oder Bilder, Epigraphie und Ikonografie sei da gesagt. Es können seriell hergestellte Objekte wie Münzen oder Keramik sein oder eben auch organische Reste wie Holzknochen und Pollen, die eben tatsächlich auch bei Ausgrabung logischerweise da, wo Menschen waren, auch gefunden werden. Auch deshalb sind wir sehr interdisziplinär vernetzt, weil wir müssen eben mit allen anderen ja eine gemeinsame Sprache finden können, unter anderem auch mit euch, mit NFT for Biodiversity, aber auch mit NFT for Earth und vielen, vielen anderen, die letzten Endes für Agro, sei auch noch zu sagen, eher aus den, sagen wir mal, Natur- und Biowissenschaften, Lebenswissenschaften kommt. Innerhalb der, den Humanities von NFDI gibt es auch Kooperationen, die über auch technische Sachen funktionieren. Das muss aber natürlich auch ausgeweitet werden auf euch, quasi auf die Geo- und Life Sciences. Es ist so, dass Objekte und ihre Beziehungen sich dauernd verändern und individuelle Biografien erzeugen. Das nennt sich bei uns dann Objektbiografie und so ist das auch so, dass unser Forschungsdaten-Lebenszyklus mit dieser Objektbiografie einhergeht und quasi auch unsere Task Areas damit einhergehen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich zu Task Area 2 Collecting gehöre. Ich kann sich vorstellen, dass quasi zunächst ausgegraben wird, dann wird das Ganze dokumentiert, dann geht es in eine Sammlung, dann wird das Ganze analysiert. Also Task Area 3 sind bei uns die klassischen Naturwissenschaften und in Task Area 4 wird das Ganze vielleicht noch geschützt, vor allem, wenn es die Restaurierung und so weiter angeht. Das heißt, auch hier sehen wir schon diesen ganzen internistinären Ansatz im Aufbau unserer Task Areas innerhalb von NFDI for Objects und dann wird das Ganze natürlich digital verarbeitet, vernetzt und so weiter. Das sind dann Task Area 5 und 6 in unserem Fall. Das heißt, unsere zentralen Aufgaben sind, auch wenn wir jetzt an 3D denken, dass diese 3D-Repräsentationen auch als Forschungsdaten angesehen werden sollen und müssen, dass sie zu dem Kontext irgendwie einen Bezug haben müssen, dass sie eben in den digitalen, ja, in die digitale Welt transformiert werden sollten und dass sie eben auch korrotiert werden müssen. Und das Ganze ist dann so, dass sich diese Digitalisierungs- und Publikationsworkflows, ja, entlang des Forschungs- Daten- und Lebenszyklus richten und ich habe das mal, das Paradigma der Fair-Object-Biography genannt, danach richten. Was eben heißt, naja, die Daten, es gibt ein Capturing statt, dann wird das Ganze, werden Daten qualifiziert, sie werden analysiert, sie werden geteilt und sie werden miteinander verlinkt. Letzten Endes nichts Neues, ja, aber das ist so, dieses Paradigma folgt jetzt in den ganzen nächsten Folien, wo ich jetzt zu jedem dieser einzelnen Elemente ein paar Beispiele bringen möchte, was ich denn, was man denn so machen kann und das sind alles Beispiele, wie es aus den letzten zehn Jahren aus Forschungsprojekten, die so angefallen sind. Kommen wir zunächst zum ersten Schritt der 3D-Erfassung des Ganzen. Da gibt es beispielsweise ein Projekt, das hieß African Red Slabware Digital. Das war ein vom BMBF gefördertes Projekt zusammen mit dem ITRA Mainz und dem RGZM, wo es darum ging, dass wir die Sammlung des RGZM von afrikanischer Sigillata, das sind 336 Objekte, das waren Fragmente und ganze Sachen und so weiter, digitalisiert haben, hier mit einem streiflichen Projektionsscanner und danach quasi annotiert haben und publiziert haben. Das Ganze, wie man hier schon sieht, ist quasi so letzten Endes dieser ganze Forschungsdaten-Lebenszyklus in einem gewesen. Also wir haben das Ganze quasi erfasst, wir haben die Daten modelliert, wir haben dann Tools gebaut und das Ganze mit Semantik zu versehen und so weiter und so fort, haben die Daten publiziert, zur weiteren Forschung freigegeben und dann hat das Ganze wieder von vorne angefangen. Hier haben wir zum 3D-Scanning quasi streiflich Projektionsscanning benutzt, sieht man hier ganz schön auf den Bildern und mit normalen Kameras quasi Texturen gebracht, damit man quasi farbechte Texturen darauf hat, auch diesem ganzen 3D-Modell. Das haben die Kolleginnen und Kollegen vom i3M1 damals gemacht. Letzten Endes war das relativ einfach, wir haben 3D-Scans gemacht und Fotos, dann wurde was ausgewertet, daraus kam quasi ein 3D-Modell und farbqualifierte Bilder. Aus dem Ganzen hat man quasi texturierte Modelle erstellt, sie aufeinander ausgerichtet und dann hat man ein wunderbares, vermaschtes 3D-Modell am Ende gehabt, das dann die Grundlage für weitere Analysen war. Hier sieht man zum Beispiel ein kleines Objektchen mit einer figürlichen Darstellung, die da drauf ist, die natürlich in der geistes- und kulturwissenschaftlichen Welt jetzt hier eine Bildersprache ist, insbesondere geht es hier um die Bibel. Dabei ist natürlich extrem wichtig, dass wir die Erfassung auch, ist es mal technische Metadaten genannt, quasi machen. Das heißt, alle Metadaten, die im Rahmen des Aufnahmeprozesses anfallen, müssen natürlich auch irgendwie modelliert werden, um das Ganze wieder nachvollziehbar, also um das R letzten Endes in FAIR mit Leben zu erwecken und das reusable zu machen, müssen auch diese ganzen Verfahren nachvollziehbar sein. Dazu gibt es ein Metadatenschema, das auch in Kooperation mit der Hochschule Mainz entwickelt wurde, vor allem hier Timo Homburg und Hubert Mara sind zu nennen und am Leitzer hat Anja Kramer da auch mitgemacht, um diese ganzen Sachen auch semantisch aufzubereiten, wie man solche Dinge ja quasi auch semantisch bereitstellen kann im Netz. Das haben wir quasi auch für das Astra-D Projekt gemacht, da kommt so ein JSON-File raus und da kann man sich die ganzen Metadaten zu allen Messungen angucken, falls man es möchte und nachvollziehen möchte, was da passiert ist. Dann gab es ein Cutaway-Projekt, es war ein Konservierungsprojekt von Nassholz, wo es darum ging, dass man bestimmte Nasshölzer quasi hatte und dann vor zehn Jahren wurde mal geguckt, wurde ein Vorzustand gescannt, dann wurde es nach der Konservierung einmal wieder gescannt und jetzt in diesem Cutaway-Projekt hat man zehn Jahre gewartet und es nochmal gescannt mit neuen Methoden, um zu gucken, wie denn so der Verlauf ist und was denn so passiert, wenn man so etwas konserviert in dem Fall. Hier ein Beispiel quasi von einem Probekörper von einem Stück Holz, das wurde quasi luftgetrocknet und auch hier sieht man schon im Einfachen, dass das im luftgetrockneten Zustand doch sehr kleiner geworden ist und dann kann man das Ganze natürlich wunderbar in 3D darstellen. Hier sieht man quasi jetzt ein Differenzbild, wo denn die Differenzen zum Original letzten Endes sind, die durchaus ein paar Millimeter schon betragen, was man vielleicht nicht so haben möchte, wenn ein Nassholzobjekt, zum Beispiel ein Schiff, das ausgegraben wurde, irgendwo ausgestellt werden sollte in einem Museum, da muss man schon irgendwie drauf achten. Dann kann man das Ganze natürlich wunderbar mit 3D-Software und Tools sich angucken. Hier jetzt zum Beispiel aus dem Cutaway-Projekt eine Sache, das sind jetzt zwei verschiedene Messverfahren, das eine ist widerstreifendig Projektionsscanning, das andere war Mikro-CT, das genutzt wurde und hier sieht man, dass, naja, das war nicht so ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Sachen und man kann das Ganze natürlich auch mit freier Software, mit Open-Source-Software bearbeiten, hier in dem Fall ist das MeshLab und dass man quasi Differenzbilder sich mal angucken kann und so weiter, was nur dann passiert, wenn das Ganze natürlich online publiziert wurde und diese ganzen Daten sind auf Zenodo verfügbar, alle 3D-Modelle und so weiter. Das ist wunderbar. Dann noch ein Beispiel quasi von Model und Ausformung aus Toulon, die beiden gehören quasi zusammen, das ist positiv und negativ, was man hier sehen kann und die sind aus einem Stück eben gefertigt und auch hier kann man quasi durch, ja, in dem Fall haben wir hier mal quasi den Laser-Aided Profiler genommen, einfach mal Profile zu kriegen und zu gucken, ob das auch tatsächlich passt und dann wurde hier mit einer anderen Technik irgendwie quasi dokumentiert, nämlich mit Structure-for-Motion, mit SFM und das Ganze wieder quasi visualisiert und über einen freien Viewer quasi ins Netz gestellt, in dem Fall ist das hier 3D-Hop. Dann gibt es noch was, was sich RTI nennt, das lässt sich wunderbar für flache Objekte benutzen und wie man hier sieht auch quasi im Rahmen quasi von Lehrveranstaltungen von Studenten, wo man so schöne quasi Schattenbildchen quasi hat und hat dann so ein Lichtkegel, wo man den Schatten über das ganze Feld drüber führen kann, quasi über das ganze Bild führen kann und dann vielleicht hier in dem Fall die Schrift besser erkennen kann, die auf so einer Ziegel oder auf einem Stück Keramik drauf ist. Und das Ganze geht natürlich auch, wenn man zum Beispiel Software nimmt, die es mittlerweile auch auf dem Handy gibt, dann kann dann irgendwie ein paar Bildchen, entweder macht man es quasi professionell, wie in dem Fall wieder mit Structure-for-Motion-Methoden oder man nimmt eine App, in dem Fall haben ich und eine Freundin damals in Kork mal Kiri-Engine ausprobiert und dann wunderbar 3D-Modelle, die nicht so hochauflösend waren, aber man konnte sie mit nach Hause mitnehmen, in Anführungszeichen, dann nochmal angucken und dann auch wieder publizieren und das hat wunderbar funktioniert. Das geht auch für etwas größere Objekte, wie quasi so eine Holy World, die auch mit ein paar Bildchen quasi wunderbar mit dem Smartphone gemacht werden kann. Als nächster Schritt kommt dann natürlich die Datenqualifizierung und Datenqualifizierung hat immer sehr viel mit Semantik zu tun und bei uns in der Welt der Archäologie immer sehr viel mit einem großen Referenzmodell, das sich C-Doc-CRM nennt. Das ist eine Sache, die in euren Wissenschaften jetzt nicht so weit verbreitet ist, aber bei uns natürlich einer der Standards ist, um Sachen austauschen zu können. Letzten Endes geht es, da kann man jetzt in dem Fall von AS3D diesem Projektchen sagen, wir haben ein Objekt, da drauf sind Features, das können einzelne Figuren sein und dann haben wir quasi Dinge, die man observieren kann, nämlich, dass es ein Mann ist zum Beispiel, das nennt man als Argument für eine Interpretation und so hat man das Ganze irgendwie nachvollziehbar dargestellt, was man denn so machen kann. Das gleiche geht auch quasi für Scherben, letzten Endes Keramikscherben, die einen Stempel tragen, das ist dann in Semien Research zum Beispiel so gemacht, das geht auch für Steine, in dem Fall Augensteine, auf dem Inschriften drauf sind, da kann man das genauso mit diesem Modell quasi bauen und man kann natürlich wunderbar, was wir bei AS3D auch gemacht haben, dann Annotationen zu diesen ganzen Dingen bauen, wo natürlich dieses ganze Datenmodell hinten dran hängt, hier in dem Fall, dass dieser gelb umrandete Teil quasi Herkules sein könnte, der ja einen Löwen tötet. Das Ganze geht natürlich auch in 3D-Software, wo man hier zum Beispiel das einzelne Zeichen versuchen kann, quasi zu annotieren. Dann kann man das Ganze natürlich noch analysieren, wenn man die ganzen Daten irgendwie da hat, zum Beispiel, wenn man dann wieder Semantik nimmt, das Ganze mit semantischen Regeln anreichern, mit geometrischen Sachen verknüpfen und so kann man zum Beispiel einzelne Appliken, jetzt die hier auf diesen African Red Slipware-Schalen quasi übereinanderlegen und gucken, wie denn so die Unterschiede da sind und bestimmte Techniken benutzen und hier zum Beispiel Translationsresiduen anzeigen oder eben Höhen-Differenzbilder und dann vielleicht zu einem Ergebnis zu kommen, okay, passt das eine zu dem anderen oder nicht, wie genau ist das dann, hängt das denn zusammen. Vorhin auch schon erwähnt, aus dem Kurprojekt kann man natürlich auch Schwund bei einer Konservierung zum Beispiel darstellen, letzten Endes, wenn man zwei 3D-Modelle miteinander vergleicht und das Gleiche geht auch quasi aus dieser Schale von Toulon, wo man durch Messungen versuchen kann, sich einen Eindruck zu bekommen, wie denn jetzt hier in dem Fall positiv und negativ quasi zusammenpasst. dann müssen die ganzen Daten natürlich auch noch geteilt werden und zum Teilen ist, glaube ich, eine große Sache, die uns in NFDI ganz wichtig aufgefallen ist, ist Linked Open Data. Basiert auf dem Resource Description Framework, auf RDF, um am Ende quasi sogenannte Triples zu erstellen, also ein Netzwerk letzten Endes von Daten, relativ einfach und dann kann man zum Beispiel, bei uns Leitser intern, ist das eine große, oder eine Plattform, Archaeology.link, in der man diese ganzen Daten miteinander modellieren und vernetzen kann, so dass zum Beispiel jetzt hier eine Schale aus dem Astra D-Projekt mit diversen anderen Projekten wie Chronontology, der Arachne, ADI Objects, Wikidata und einzelnen Fachdatenbanken, was miteinander verknüpft ist. Dazu braucht man natürlich wieder Ontologien letzten Endes und das in dem Fall wieder als C-Doc CRM, das als Basis gilt und so kann man dann quasi mithilfe von Open-Source-Tools hier mithilfe des Buck-Unicorns zum Beispiel aus diesem schönen Link-Data-HTML-Seiten erstellen, so dass sich jeder irgendwas angucken kann. Hier zum Beispiel in der Schale quasi als einfach auf einer GitHub-Seite letzten Endes, die hier gerendert wurde mit all seinen Metadaten, mit all den Features, die da drauf sind, die einzelnen Bildchen, die da drauf sind und die haben wieder Verlinkungen zu irgendwelchen Dingen in der Literatur, so dass man irgendwie gucken kann, ja, nachvollziehbar macht, was denn letzten Endes da drauf so dargestellt wurde und ganz wichtig, Citizen-Science-Ansätze wie Wikidata kann man natürlich auch wunderbar mit einbinden und die Community mitarbeiten lassen, die jetzt nicht an einem Institut angestellt sind. Das Gleiche geht auch wunderbar, wenn man Geokoordinaten hat, quasi über das Unicorn, in dem man quasi Geoinformationssysteme nutzen kann, darüber, wenn das alles standardisiert abgelegt ist, quasi sich schöne Karten erstellen lassen kann, hier zum Beispiel von gestempelten Amphoren, die wunderbar sind, ja, um Dinge eben zu visualisieren und eben dann eine Semantik hinten dran ganz wichtig sein kann, hier ist das letzten Endes eine Karte von schönen Stempeln von Persegelata. Und der letzte Punkt ist quasi dann, wir wollen die ganzen Daten natürlich miteinander verlinken und eben Linkdata ermöglicht eben die Verknüpfung dezentraler verteilter Datenbanken und eine übergreifende interdisziplinäre Abfrage aus dem Buzzword aus NFDI resultierenden Knowledge Graphen, der uns alle natürlich rumtreibt und wenn wir dran denken, wir werden ein Knowledge Graphen NFT for Objects haben, auch ihr in Biodiversity werdet ein Knowledge Graphen haben, wir müssen die Daten miteinander verbinden, da ist es extrem wichtig, dass wir wissen, wie denn die Komponenten miteinander zusammenspielen und wie wir diese Dinge zusammenbringen, damit sie am Ende quasi eine gemeinsame Abfrage folgen können. Hier noch ein kleines Beispiel, quasi Archäologie und Life und Geosciences treffen sich eben oft manchmal bei geologischen Ereignissen, zum Beispiel beim Ausbruch des Versuchs, da gab es dann irgendwelche Grabungen und naja, man findet von allem Möglichen irgendwie was, unter anderem jetzt ein Beispiel quasi auch von dem Ausbruch des Kampagnen Ignenbride vor ungefähr 40.000 Jahren und was in den völligerischen Feldern stattgefunden hat und auch hier sind die ganzen Befundorte zum Beispiel in ganz Europa verteilt, viele davon befinden sich zum Beispiel auch hier in der Eifel und in Rumänien, da sind wir nur mal Bilder aus einem Paper, aber viele Dinge eben auch zusammen in Höhlen, zusammen mit archäologischen Artefakten und anderen Dingen und hier merkt man plötzlich wie interdisziplinär das Ganze wird, weil man natürlich diese Sachen nicht voneinander trennen kann, doch hier in Bulgarien ein anderes Beispiel von der Höhle findet man ja auch andere Werkzeuge hier Feuersteine und so weiter und so fort, aber auch tierische Materialien, die man hier wieder sieht, wo dann die Verknüpfung wieder sehr eng ist. Auch hier noch ein anderes kleines Beispiel. Eine kleine Nebenstraße ist dann natürlich die Frage, wie modelliert man diese ganzen Unsicherheiten zum Beispiel bei den Fundorten und so, wie modelliert man Unsicherheiten überhaupt. Auch da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht mit meinen Kolleginnen und Kollegen, da gibt es eine Möglichkeit, das über eine Ontologie zu regeln, über Linkdata, dann kann man so wunderbare Dinge sagen, okay, man hat als Information nur, dass etwas 15 Kilometer südlich der Donau ist und noch in der Nähe von einem Steinbruch und dann kann man diese Daten zumindest irgendwie angeben und ja bereitstellen, sodass jeder irgendwie damit was anfangen kann letzten Endes. Das Ganze geht natürlich auch in der Wikibase, wenn man das so machen möchte. Ja, hier am Beispiel eines Datensatzes aus der Nomismatik, der Archäologie oder eben auch nochmal aus der Nomismatik mit anderen Dingen, hier geht es um Münzstedt letzten Endes. Fazit ist quasi, wir benötigen einen Data-Driven Community, ja, Data-Driven Community-Standards und einen ja, Bottom-Up-Prozess, also der muss irgendwie von unten sein, an den Daten entlang getrieben, von all unseren Konsortien zusammen, damit wir gemeinsam irgendwie eine Idee kriegen und eine gemeinsame Sprachwelt irgendwie kriegen. Und dazu gibt es natürlich auch den LFDI-Verein, um sich da irgendwie einzubringen, um, ja, über Konsortien hinweg Lösungen und, ja, Lösungen letzten Endes zu finden. Ich habe hier jetzt nochmal in der Sektion Infra die Working Group Research Software Engineering erwähnt. Es gibt viele andere, die auch extrem wichtig sind. Hier nur dezente Hinweis, sollten Softwareentwickler unter euch sein. Ich bin einer der Co-Chairs dieser Working Group, von daher seid ihr herzlich eingeladen, über Software-Sachen dann mit uns zu reden. Und auch NFT4Objects ist eben Community-Driven und agil und wir versuchen quasi bei uns die sogenannten Comments zu etablieren, um dort Standardisierungen zu machen. Das können White Paper sein, wie Handreichungen und so weiter und so fort, Blue Paper, also irgendwelche technischen, ja, Instruktionen letzten Endes, wie zum Beispiel eine Ontologie, aber eben auch Open Educational Resources, bis hin zu Spezifikationen und wirklichen Standards, was durchaus, ja, sehr lange Prozesse irgendwie bedarf, wie man das Ganze irgendwie hinkriegt. Das ist so ein bisschen die Idee, wie das Ganze passieren soll. Ohne ins Detail zu gehen, es geht darum, alle so gut wie möglich immer zu beteiligen, dass am Ende etwas rauskommt, was von der Community getragen ist, um dann am Ende quasi in den einzelnen Institutionen auch implementiert zu werden und am besten auch immer interdisziplinär angeschlossen ist an andere, sodass ihr aufgefordert seid, gerne mitzuwirken, wenn ihr merkt, dass in euren Themengebieten Dinge sind, die ihr unbedingt auch mit, in dem Fall oftmals Archäologen und Archäologinnen zusammen besprechen möchtet, dann seid ihr gerne eingeladen, hier mitzudiskutieren, mitzumachen. Dazu gibt es bei uns Community Cluster und sogenannte Temporary Working Groups, hier nochmal eine kleine Auswahl für Dinge, die euch vielleicht irgendwie in die Karten spielen könnten, in Gründungsphase befinden sich zurzeit zwei Community Cluster, nämlich Archäobotanik und Archäozoologie, das könnten Dinge sein, die tendenziell für euch interessant sein könnten, dann gibt es aber auch sowas zu Collection Management, auch hier gibt es sicherlich Parallelen und zu Prominenz Research, also alles was mit digitaler Prominenz Forschung zu tun hat, auch das ist glaube ich ein sehr wichtiges Thema in all unseren Institutionen und dann gibt es noch eine Auswahl an Working Groups, da gibt es sehr viel, unter anderem möchte ich hier nur auf die letzte hinweisen, nämlich Development of a Common N4O Objects Anthology and Minimal Metadata Sets, also da geht es letzten Endes darum, wie finden wir eine gemeinsame Sprachrechnung innerhalb unseres Konsortiums zum Datenaustausch, aber da müssen natürlich bestenfalls auch von euch welche dabei sein, die mitreden können, weil sie merken, dass wir Daten auch mit euch austauschen möchten. Ganz wichtig, bevor ich fast dann hoffentlich am Ende bin, wir haben am 25. bis 27. September in Mainz bei uns am Leitsa und an der Hochschule Mainz das zweite NFD4Objects Community Meeting, wo sich unsere Community, aber hoffentlich auch viele von euch treffen werden, unter anderem auch die Cluster, um sich da auszutauschen und mal zu gucken, wo wir dann jeweils stehen und was wir gerne machen wollen in der Zukunft, um quasi unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit irgendwie weiter zu intensivieren, weil ich hoffe, dass ich in den letzten paar Minuten in Folien gezeigt habe, dass es da sehr viele Verknüpfungspunkte gibt, auch wenn es teilweise sich etwas anhört, aber quasi auf Level des Forschungsdatenmanagements dann doch sehr, sehr gleich wird am Ende. Und wenn wir zu unserem großen Ziel kommen wollen, einen gemeinsamen Knowledge Graph und einen NFDI, dann müssen wir irgendwie versuchen, unsere Gemeinsamkeiten und auch unsere Unterschiede irgendwie zu definieren, um dann darauf aufbauen zu können und Lösungen zu finden. Das wäre es quasi von mir gewesen und es war doch etwas länger, als ich eigentlich wollte. Ich stehe trotzdem gerne für Fragen zur Verfügung und würde mich ja über eine Regeldiskussion freuen. Vielen Dank.